Heute kommt ein Video, was längst überfällig ist und zwar werde ich dir heute ein komplettes ClickFunnels Tutorial geben. Ich bin selbst seit über fünf Jahren, glaube ich, ClickFunnels Nutzer, sehr stolz auf den Award hier hinter mir. Und heute werde ich dir ganz genau zeigen, was du mit ClickFunnels alles anstellen kannst. Und vor allem werde ich dir unseren exakten Funnel zeigen, den wir für LinkedIn nutzen, der zu 30 bis 50 Anfragen pro Monat führt. Bevor ich doch jedoch starte und in die Software reinspringe, nochmal die kurze Erinnerung, dass ich gerade ein komplett neues LinkedIn Training veröffentlicht habe. Wenn du dir das anschauen willst und sichern willst, solange es noch online ist, am besten auf den Link hier in der Videobeschreibung oder in der Podcastbeschreibung klicken und das Ganze dir ansehen, wenn du wirklich wissen willst, wie der komplette Funnel für LinkedIn funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Software rein und ich zeige dir mal, was alles Cooles mit ClickFunnels eigentlich möglich ist. Dafür bin ich einfach mal auf die Startseite gegangen, denn hier gibt es eine ganz coole Übersicht, wo man sehr gut erkennen kann, was mittlerweile alles möglich geworden ist. Denn du kannst nicht nur Sales Funnels bauen, sondern komplette Websites, Online-Kurse, du kannst ein CRM-System darin abbilden, sowie E-Mail-Marketing, Membership-Seiten und es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Das bedeutet, ClickFunnels hat sich wirklich in die Richtung entwickelt, dass sie so die All-in-One-Lösung für Online-Marketing geworden ist, was relativ cool ist. Ich selber benutze vielleicht einen Bruchteil davon. Ich würde sagen, dass ich dir jetzt ganz genau zeige, was ich davon nutze. Und ich nutze auch noch ClickFunnels Classic, weil es aus meiner Sicht auch das ist, was komplett reicht und noch relativ günstig ist zu der neueren Version. Das Coole ist, dass du alles wirklich 14 Tage kostenfrei testen kannst und das wäre auch immer meine Empfehlung, einfach mal reinzuspringen und das Ganze auszuprobieren und zu gucken, wie es sich am Ende für dich anfühlt. Ich selber nutze ClickFunnels seit über fünf Jahren und ich glaube, ich bin mehr als überzeugt von der Software und freue mich, dir heute zeigen zu können, was damit alles möglich ist. Es gibt so ein Dashboard, tatsächlich mit diesem Dashboard habe ich nie groß gearbeitet, weil wir keine Payment-Integration oder so haben. Das bedeutet, hier sieht man relativ wenig aus meiner Sicht. Ich glaube, es war auch so der Versuch von ClickFunnels hier immer alles Mögliche irgendwie einzubauen. Es gibt hier so Möglichkeiten, seine Programme etc. anzugucken, aber das ist tatsächlich nicht der spannende Teil, sondern eher, wenn es hier oben um das Thema Funnels geht. Das ist das Erste, wo wir auch mal reinspringen und ich zeige dir vielleicht auch mal einen Überblick, dass man wirklich komplette Webseiten damit abbilden kann. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel auf leadersmedia.de gehst, findest du hier tatsächlich unsere gesamte Webseite in ClickFunnels gebaut und aus meiner Sicht zeigt es auch ganz gut, dass viele Leute immer sich vorstellen, dass ClickFunnels sowas ist, was irgendwie nicht schön aussehen kann, sondern irgendwie so gruseligen Seiten baut. Tatsächlich ist ein Website-Bilder wie jeder andere und du kannst es wirklich nach deinen freien Möglichkeiten gestalten. Das bedeutet, umso mehr Ahnung du von Design hast und umso mehr du da reinsteckst, desto besser. Das Coole und ich zeige dir mal wirklich die Grundlagen ist, dass es alles mehr oder weniger Drag & Drop ist und auch für einen absoluten Line sozusagen möglich ist. Das bedeutet, du hast diese Logik von Großen, das sind glaube ich hier die Sektionen, das Grüne. Dann hast du Rows, das sind die blauen Teile und dann gehst du in die Elemente rein. Und dieser Baukasten zieht sich so durch. Das bedeutet, du kannst zu jedem Zeitpunkt hier eine neue Section machen, kannst dir überlegen, wie groß die ist, kannst dir überlegen, ob du was 2, 3, 4, 5, 6, 7-Spaltiges machst. Nimm zum Beispiel eine Spalte und sagst, hier will ich zum Beispiel eine Headline haben. Kannst hier reinklicken und hier kommt deine neue Headline rein. Und dann kann man das am Ende speichern und mit einem Klick ist es am Ende online. Und das bedeutet, wenn du jetzt auf leadersmedia.de gehst, steht hier deine neue Headline und fertig. Und das ist aus meiner Sicht das Coole, dass es so verdammt einfach geworden ist. Es gibt Alternativen, sowas wie, was weiß ich, Webflow oder auch Jimdo oder auch WordPress-Sachen, all sowas. Und ich zeige dir ein paar Funktionen gleich, die mich am Ende überzeugt haben, vieles davon wirklich auf ClickFunnels zu bauen. Sowas wie die Webseite tatsächlich absolut nicht notwendig. Aber da ich angefangen habe, Funnels darüber zu bauen und gemerkt habe, wie simpel es damit ist, habe ich dann auch angefangen, die ersten Webseiten damit zu bauen und habe dann am Ende auch gemerkt, hey, warum mache ich nicht einfach alles in ClickFunnels, bevor ich, was weiß ich, Elementor oder Divi in WordPress noch lernen muss und das am Ende wirklich hier machen kann. Ich zeige dir jetzt einfach mal einen super simplen Video-Funnel, wie sowas aussehen kann. Und hier siehst du schon eine der grundlegenden Funktionen. Das bedeutet, du hast eine ganz simple Landingpage und aus meiner Sicht wahrscheinlich schon tausendmal gesehen. Es gibt auch verschiedene Variationen, wie sowas aussehen kann. Es gibt tausende Vorlagen, wie sowas aussehen kann. Aber du hast häufig eine Überschrift, die halt attraktiv sein muss, dass die Leute sagen, hey, da trage ich mich irgendwie ein und da möchte ich gerne mehr erfahren. Dann kann man irgendwie ein Bildelement reinpacken, dass die Leute, wenn sie draufklicken, halt das Pop-up aufgeht. Hier noch ein bisschen Ausblick drauf gibst, was sozusagen drin passiert und dass man sich dann eintragen kann. Und wie gesagt, wie das aussieht, ist am Ende deine freie Gestaltungsmöglichkeit. Das Verrückte ist, dass häufig so Seiten, die wirklich nicht super schick aussehen, meistens gewinnen in den Split-Tests, gerade wenn du Werbeanzeigen draufschaltest. Und das bedeutet, das ist auch immer so ein Vorwurf, den man hört, Mann, das sieht aber echt nicht schön aus. Aber tatsächlich, das zeige ich dir gleich, das ist eine der wesentlichen Funktionen, die man halt wirklich sehen kann und in ClickFunnels sehen kann, was am Ende gewinnt und was nicht. Denn das Coole ist, wenn du so eine Seite erstellt hast, kannst du hier eine Variation davon erstellen und du siehst hier, habe ich einfach nur den Titel geändert, alles andere ist gleich geblieben. Und hier kommt tatsächlich eine der wesentlichen Funktionen von ClickFunnels ins Spiel, weil du hier oben auf Stats klicken kannst und dann am Ende relativ gut sehen kannst, jetzt läuft über diesen Funnel nichts, ich zeige dir das gleich in einem anderen Funnel, welcher Titel besser funktioniert. Und das bedeutet tatsächlich, sobald man Werbeanzeigen schaltet, unglaublich viel Geld, weil wenn sich zum Beispiel 10% eintragen und ich zeige dir einfach mal einen Funnel, der bei uns live ist, wo Werbeanzeigen drauflaufen, macht das einen gigantischen Unterschied, ob sich Leute halt für 10% sozusagen eintragen oder für 30% eintragen. Und hier hast du ein gutes Beispiel, relativ beliebt, unsere Algorithmus-Checkliste für LinkedIn und hier siehst du einen relativ großen Unterschied, dass ich zeige dir auch gleich, welche Schritte das sind. Die eine Seite funktioniert hier mit 20,5% und die andere mit 16% und das bedeutet, das ist natürlich bares Geld, weil 20% ist natürlich deutlich mehr als 16% und das bedeutet am Ende natürlich mehr Eintragung, mehr potenzielle Leads und auch natürlich potenziell mehr Kunden. Und das ist tatsächlich eine Funktion, die extrem darüber entscheidet und die sich am Ende dann schon lohnt, das Ganze auch über Clickfunnels laufen zu lassen und nicht über WordPress, weil man dort, außer man baut es sich in irgendeiner Form und ich bin nie dahinter gestiegen, geht wahrscheinlich mittlerweile auch in irgendeiner Funktion, aber das ist tatsächlich das, was mich vor ein paar Jahren für Clickfunnels sozusagen entschieden hat lassen, weil man so einfach dieses Split-Test machen kann. So, du siehst hier, neue Algorithmus-Checkliste für mehr Reichweite, Kunden und Umsatz und das hier ist das Geheimnis hinter viralen Post, neue Algorithmus-Checkliste sichern. Ansonsten alles gleich geblieben, das eine funktioniert hier mit 21% und das andere funktioniert hier mit 16%. Und das Coole ist, dass man dann, wenn genug Leute sozusagen da durchgelaufen sind, einfach einen als Gewinner sozusagen auswählen kann und sagen kann, hey, Version 1 hat gewonnen und man den nächsten Test direkt machen kann. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine der coolsten Funktionen, um auch die besten Titel sozusagen für die Landingpages rauszubekommen. Und ich glaube auch, wenn wir in die Stats hier zum Beispiel reinspringen und einen größeren Zeitraum machen, dann dürften die Zahlen wahrscheinlich auch nochmal irgendwie anders aussehen. Dann kann man hier zum Beispiel sehen, genau, ist es bei 25% und immer noch bei 21%. Das bedeutet, in dem Fall könnte man jetzt relativ gut sagen, hey, den dekläre ich als Sieger und der gibt dir hier schon immer so eine grobe Indikation, gewinnt nicht. Zack, sagst, der gewinnt. Und dann kannst du hier wirklich mit einem Klick das Ganze, eine neue Variation erstellen, sagst, mach ein Duplikat davon und dann kannst du den nächsten Test ins Rennen schicken. Und das ist halt das Coole. Du könntest jetzt auch zum Beispiel sagen, dass du gar nicht den Titel testest, sondern zum Beispiel das Bild testen willst. Und das sind zum Beispiel so Sachen, die man dann wirklich mit drei Klicks machen kann. Wir können mal überlegen, exakte Anleitung für mehr Reichweite oder wie du innerhalb von 30 Tagen deine Reichweite verdoppelst für mehr Needs und Kunden. Könnte zum Beispiel der nächste Test sein, dass man das sozusagen nimmt. Zack, dann müsste ich hier noch die Integration machen, das in mein E-Mail-Marketing-System läuft. Ich habe hier zum Beispiel Active Campaign verknüpft. Das ist das, was ich dafür nutze. Das kann mittlerweile ClickFunnels auch alles. Das haben sie aber tatsächlich so nach und nach erst ausgerollt, dass ich mich nie da reingefuchst habe. Wenn man wirklich mit ClickFunnels von Null starten könnte, könnte man das wahrscheinlich perfekt auch alles in ClickFunnels abbilden, das E-Mail-Marketing, das auch, was ich nachziehen müsste. Und jetzt kann man relativ cool, hier bestimmen, wie viel Traffic da auch drauflaufen soll. Aus meiner Sicht könnte man wirklich sagen, dass zum Beispiel man wirklich auch so Sachen, normalerweise mache ich immer 50-50, aber wenn man weiß, das funktioniert hier deutlich besser, könntest du auch sagen, die linke Seite kriegt 70% und die rechte Seite, weil sie ungetestet ist, kriegt nur 30%. Und dann sieht es am Ende so aus. Du hast es hier innerhalb von Sekunden online und beides ist über die gleiche Domain sozusagen erreichbar. Das bedeutet, wenn man hier, Checklist ist es nicht, sondern wenn ich hier Algorithmus eingebe, lande ich genau auf dieser Seite und kann mich hier dann perfekt dafür eintragen. Und wenn ich das mehrmals aktualisiere, müsste es zu irgendeinem Zeitpunkt dann auf den anderen Titel auch wechseln. Und das ist am Ende das Coole, weil tatsächlich, es gibt eigentlich nichts, was man nicht bauen kann. Und ich zeige dir mal, wie einfach das aussehen kann, auch zum Beispiel bei den Videos. Das bedeutet, wenn die Leute sich in unserem Fall unsere Checkliste sozusagen runterladen, dann gibt es auch die Möglichkeit, also sehen Sie das Training dazu, das passende, wo wir wirklich ganz genau erklären, wie LinkedIn funktioniert und wie man darüber wirklich organisch Kunden gewinnen kann. Und auch da ist das Coole, dass man wirklich einen Split-Test machen kann. Auch da habe ich einen Test gemacht, wo es eine kurze Seite gibt. Du siehst hier relativ kurz, nur das Training und unseren Accelerator, den man hier sich buchen kann mit einer Profilanalyse, wenn noch nicht gesichert tun. Und es gibt das in einer langen Version. Das bedeutet, ich habe eine kurze Version gebaut, wirklich nur mit Training und einer kurzen Vorstellung von mir. Und dann gibt es hier eine lange Version, wo ich dann auch nochmal Kundenstimmen reingepackt habe, nochmal erklärt habe, was alles in unserem Social Selling Accelerator drin ist, weitere Testimonials reingepackt habe, nochmal einen Abschnitt über mich, alle FAQs reingepackt habe und noch ein paar Zitate. Und auch das kann man perfekt testen, indem man sozusagen zwei unterschiedliche Angebote baut, eine für ein Angebot für das lange Angebot und eins für das kurze Angebot. Weil hier bin ich auch gerade, ist ein Test, der noch läuft und ich noch nicht weiß, welcher besser funktioniert, weil ich kann mir vorstellen, die eine Seite ist halt besser, weil die Leute sich nur das Training angucken können und nichts anderes und das auch tun sollen. Und ich kann mir vorstellen, beim anderen vergessen sie vielleicht so ein bisschen das Training, gucken das gar nicht hier oben, sondern lesen sich hier das alles durch und denken, das ist irgendwie eine Sales Page und kaufen dann am Ende nicht, weil sie das Training gar nicht gesehen haben. Und so einen coolen Test kann man natürlich perfekt machen. Ich bin überfragt, wie sowas sich in WordPress und in irgendwelchen Tools abbilden lässt. Bestimmt gibt es da mittlerweile auch Tools, um das relativ simpel zu machen. Ich muss sagen, dass es ClickFunnels einem immens leicht macht, solche Sachen sozusagen zu bauen und es einem simpel macht, solche Sachen wirklich möglich zu machen. Und das Coole ist, dass man wirklich seinen gesamten Funnel dann am Ende darüber abbilden kann. Das bedeutet, du kannst hier auch klassische Terminseite sozusagen bauen und Calendly integrieren, dass die Leute wirklich da dann ihren Termin buchen können und am Ende bei dir buchen können. Dann kannst du sowas wie zum Beispiel eine Reservierungsseite bauen, wo du dich kurz bedankst, dass die Leute sich ein Gespräch gebucht haben, was du natürlich dann auch tracken kannst in Werbeanzeigen etc. Und das Coole ist, bis am Ende natürlich zur Sales Page, wo du ganz genau erzählst, was dein Angebot ist. Und das ist das Coole, dass man das wirklich per Drag & Drop innerhalb von wenigen Minuten alles in ClickFunnels bauen kann, dass das relativ simpel ist, das Ganze zu machen und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich so überzeugt bin von ClickFunnels, weil es einfach Spaß macht, das Ganze zu bauen. Was sind die wesentlichen Funktionen, die man ansonsten hier so sehen kann, die man machen kann? Man muss sagen, dass wenn wir mal so ein Funnel hier nehmen, dass man wirklich sowohl die Statistiken sehr gut sehen kann, das bedeutet, wie viele Leute auf deinen Seiten irgendwie unterwegs gewesen sind. Du kannst sehen, welche Kontakte sich eingetragen haben, das bedeutet, auch hier siehst du, wer alles irgendwie aufgetaucht ist. und in den Settings kannst du natürlich so Sachen tracken wie den Facebook Pixel, das LinkedIn Insight Tag, du kannst hier ein Favicon hinterlegen, du kannst aber auch wirklich sowas wie Stripe hinterlegen, du kannst alles mit Zapier sozusagen verbinden, das ist auch das Coole und dann gibt es die Möglichkeit, hier über Follow-up Funnels auch wirklich E-Mail-Marketing zu machen. Tatsächlich bin ich da noch nie reingesprungen, also hier gibt es auch die Möglichkeit, ein komplettes E-Mail-Marketing-System abzubilden, das ist auch das Coole, das bedeutet, wenn du wirklich von Null startest auf Clickfunnels gibt es auch die Möglichkeit, das komplett abzubilden, das bedeutet, du brauchst keinen Active Campaign, du brauchst keinen Convert-Chip, du brauchst keinen Send-Lane, was es alles irgendwie gibt, das ist relativ cool und es gibt noch die Möglichkeit, ein ganzes Affiliate-System aufzubauen, ist tatsächlich auch etwas, wo ich nie groß reingeschaut habe, weil am Ende wir das über andere Tools abgebildet haben, da gibt es sowas wie Digistore zum Beispiel, die es aus meiner Sicht deutlich leichter machen, so ein Affiliate-System abzubilden, aber das ist am Ende das, was aus meiner Sicht mit Clickfunnels möglich ist. Was wirklich die Kernfunktionalitäten sind, die mich am Ende auch überzeugt haben und auch wirklich der Grund sind, warum ich seit über fünf Jahren damit arbeite, ist, dass verdammt leicht ist, komplette Funnels zu bauen, egal ob du einen Lead Magnet irgendwie promotest oder halt am Ende wirklich sowas wie ein Training oder so, ich glaube, hier habe ich zum Beispiel ein Content-Training, Beides ist innerhalb von Minuten sozusagen angelegt, gebaut und fertig und das ist halt das Coole am Ende daran, wie leicht es einem gemacht wird und das ist aus meiner Sicht auch der Hauptgrund, wenn du darüber nachdenkst, sozusagen eine E-Mail-Liste aufzubauen, wirklich Werbeanzeigen zu schalten, wirst du früher oder später dich mit irgendeinem Tool beschäftigen müssen und meine absolute Empfehlung ist tatsächlich, Clickfunnels dafür zu nutzen, weil man dieses Split-Test relativ leicht machen kann, der Bilder relativ leicht ist und du halt auch diese Daten bekommst, welche Seiten funktionieren und welche nicht. Wenn du jetzt Lust hast, mit Clickfunnels zu starten, findest du einen beispielhaften Video-Funnel von uns in der Beschreibung, kannst du tatsächlich auf den Link klicken, das Ganze in deinen Clickfunnels-Account importieren und das Ganze bearbeiten und schon mal ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen Affiliate-Link, was mich extrem freuen würde, wenn du mit der Software startest und das natürlich unter unserer Anleitung tust. Insgesamt muss ich sagen, dass ich ein großer Fan von Clickfunnels bin, Ich bin Russell Brunson, dem Gründer von Clickfunnels, unglaublich dankbar für all das Marketing-Wissen, was ich über die Jahre von ihm gelernt habe, als auch über die Software, die mich dabei unterstützt hat, das Ganze umzusetzen. Und gerade, wenn du wirklich überlegst, auch gerade mit deinem Unternehmen zu skalieren in irgendeiner Form, dafür brauchst du eine E-Mail-Liste, dafür brauchst du irgendeine Form von Funnel, da führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei und wenn du Werbeanzeigen schalten willst, brauchst du eine Software, die dir wirklich Transparenz reinbringt und auch wirklich Split-Tests und Funnels am Ende möglich macht. Ich muss sagen, selbst habe ich mir keine großen anderen Tools angeguckt. Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich über die Zeit zahlreiche weitere Anbieter, die es da draußen gibt, die Ähnliches anbieten. Man kann es wahrscheinlich auch über WordPress in irgendeiner Form abbilden. Ich muss sagen, dass ich von Tag 1 irgendwie bei Clickfunnels dabei bin und seitdem nie gewechselt bin, weil ich einfach so sehr überzeugt bin, weil es so gut am Ende funktioniert. Und das bedeutet, wenn du mit dem Thema starten willst, ein Funnel bauen willst, dann klicke auf die Vorlage da drunter oder melde dich einfach mal an über den Link in der Beschreibung. Teste das Ganze für 14 Tage, weil wie gesagt, der erste Schritt ist, sich erstmal mit so einer Software vertraut zu machen, zu schauen, wie das Ganze für dich funktionieren kann. Ganz wichtig ist eigentlich, dass dieser gesamte Funnel und auch Clickfunnels nur funktionieren wird, wenn du die gesamte Strategie dahinter verstehst. Das ist tatsächlich etwas, was ich immer so ein bisschen vermisst habe, wenn man über diese Tools redet, dass häufig einem nicht erklärt wird, wie das in das Gesamtbild reinpasst, zum Beispiel wirklich, welche Rolle spielt LinkedIn-Content dabei, wie funktioniert das Ganze mit LinkedIn-Ads, wie passt das alles, wie passt das zusammen. Wenn du wissen willst, wie das in eine Gesamtstrategie passt, dann schau dir wirklich das Training unten in der Beschreibung an. Dort zeige ich dir ganz genau in den knackigen Zückler 30 Minuten, wie du wirklich über so einen Funnel 30 bis 50 Anfragen pro Monat erhalten kannst und auch darüber skalieren kannst. Und wenn sich das spannend anhört, dann wie gesagt unten eintragen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich in der nächsten Podcast-Folge oder im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit ClickFunnel.